V-Log 2014, Kalenderwoche 15 und 16. Einst Mühle, dann Wasserturm. Wir nähern uns Märze nicht. Diese Überführung verbindet Märzenich hier auf der linken Seite mit dem Umsiedlungsstandort von Morschenich auf der rechten Seite von hier aus gesehen. Kalenderwoche 15 war eine regenerative Woche. Da waren es montags und mittwochs nur eine halbe Stunde, Freitag war es dann schon anderthalb Stunden, aber die Woche kam dann auf 25 Kilometern, war also recht erholsam zur Abwechslung. Tja, und weil der blöde Redakteur seinen ollen Nacht-Ultra laufen musste, steht der Moderator jetzt ohne fundierte Informationen da. Da heißt es das Vlies oder der Vlies, jedenfalls das ist der Golfheimer, Goldsheimer Vlies. Da haben wir dann den Graben, der das heißt, Bührer Vlies. Da hinten haben wir die Unterführung unter die L 477, wenn ich die Nummer jetzt richtig im Kopf habe. Und was wir da sehen, könnte dann schon eine Ausgleichsfläche sein vom Tagebau auf Vosno, oder ist das Obstplantage. Wie gesagt, der Redakteur ist mal wieder selber gelaufen, statt dem Moderator hier mit Informationen zu versorgen. Viertwo filmt, ist eben ein Scheißladen. Aber hier geht es nach Blatzheim, das ist schon mal sicher. Das ist nämlich der nächste Ort auf unserer Reise. Nach langer, langer Zeit ein Wiedersehen mit Blatzheim und dem sich direkt anschließenden Bergerhausen. Das kenne ich noch vom Wehrdienst. Als Heimschläfer, dann jeden Tag auf dem Weg zur Kaserne Kerpen, hier durchgegurkt. Eine tägliche Qual, weil sich das endlos lang hinzieht. Das ist Geschichte. Es gibt schon seit längeren Ortsumgehungen. Das ist für den Transitverkehr wirklich ein Segen. Aber seitdem habe ich den Ort nie wieder gesehen. Von daher ist es schön, jetzt noch mal durchzulaufen. Jetzt schauen wir es wieder an. Blatzheim endet. Hinter dem Bogen fängt Bergerhausen an. Ich biege jetzt mal ab Richtung Neffelbach, den ich in all den Jahren nie gesehen habe. Wir haben auch entsprechende Burgen drumherum. Da ist kein Wasser mehr um die Burg. Aber es sieht verdächtig nach Wasserburg aus. Und hier kommt dann schon der Neffelbach in Sicht. Und da haben wir noch einen schönen Weg am Bach entlang. Den laufen wir jetzt. Da gibt es gleich was zu sehen. Das ist dann die Burg, die auch auf den Karten eingezeichnet ist. Wir sind jetzt am östlichsten Ende von Bergerhausen. Schauen wir mal, was das jetzt ist. Schon mal eine schöne Parkanlage. Seinerzeit tagtäglich durch den Ort gefahren. Und das hier noch nie gesehen. Da muss man erst Läufer werden und so bekloppt sein, einfach mal hier rumzurennen. Deswegen gibt es noch ein klanz. Möchtest du noch ein Brot? Was war jetzt für dich? So, weiter geht's am Neffelbach Richtung Kerbel. Hier östlich von Bergehausen, hinter der Landstraße dort sehen wir die Kräne, das ist das Umsiedlungsgebiet von Mannheim. Urban Trail in Kerpen, Kalenderwoche 16, das war, oh, bist du schon zu Ende? Ja, wage ich es jetzt weiter zu laufen und in die Sackgasse zu kommen, egal, versuchen wir es mal. Also Kalenderwoche 16, war montags gute Dreiviertelstunde. Mittwochs wurde es dann knapp eine Einviertelstunde, da bin ich auf dem Rückweg noch einem Kameraden begegnet, den ich länger nicht mehr auf den Laufstrecken gesehen hatte. Bin er umgedreht, bin mit ihm noch seine Runde gelaufen, das war dann eine schöne Abwechslung, ein schönes Gespräch. Deswegen wurde die Runde dann etwas länger, als der innere Schweinehund das gerne gehabt hätte. Der kam dann dafür am Donnerstag zum Zuge, denn dort war es nur eine halbe Stunde. Da habe ich ihn aber auch gelassen, denn Samstag stand ja der Nacht-Ultra auf dem Programm. Da durfte es in der Woche ja auch nicht so viel werden, weil da die Kraft ja gebraucht wurde. So kam dann die Kalenderwoche 16 mit dem Ultra zusammen auf gut 80 Kilometer. Uff, ich bin nicht in der Sackgasse gelandet, aber schöner Trail hier, mitten in Kerpen, haben wir was Neues entdeckt. Nicht nur Frau Merkel entdeckt Neuland. Das Gequietscht war jetzt nicht die Kamera, die den Schwenk gemacht hat, sondern ein Auto, nur zur Erläuterung. Und in Kerpen sind auch nicht immer die Straßen abgesperrt. Das ist nur heute, weil es heute den Kerpener Stadtlauf gibt. Dazu gleich ein weiteres Video. Das erklärt auch die Laufrichtung hier bei dem Laufbau, das ist Einbahnstraße auf dem Stiftsplatz hier. Und weil Kerpen-Kolping-Stadt ist, steht hier natürlich auch der Kolping in Bronze. Da hat man wieder die Sau rausgelassen. Und weil Kerpen-Kolping-Stadt ist, steht hier natürlich auch der Kolping in Bronze. Und weil Kerpen-Kolping-Stadt ist, steht hier natürlich auch der Kolping in Bronze.